Ja. Salva, ich bin gestorben. Hey, wie cool. Guck dich im Haus um. Das ist das Haus, wo wir gestartet haben. Das kleine. Ja, voll cool. Ich weiß, hab ich auch schon gemerkt. Aber wenn die wissen würden, wo wir jetzt hin gehen müssen, wäre das noch cooler. Also hier ist ne Leiter. Ich geh jetzt einfach mal die Leiter hoch. Äh, so. Wow. Shih Tzu, das ist wohl mit Lava. Ja, ich habe versucht, aber es nicht funktioniert. Oh je. Oister. Wie komm ich denn bis jetzt da rum? Und... Warum... Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin gehen? Kann man hier hoch gehen? Ne, kann man nicht. Du musst an die Leiter. Meine Dinge sind irgendwie zu... Meine Render Distance ist... Fahr... Aber trotzdem ist es nicht so Fahr, wie ich es gerne haben wollen würde. Das ist echt so geil gemacht. Aber, äh... Ey, man kommt jetzt sogar auch raus, glaube ich. Ne, kommt man nicht. Ne, kommt man nicht. Ups. Ich bin draußen. Ach, durch das Fenster da, ne? Ach, durch das Fenster. Ne, auf die Leiter, auf die Leiter. Da war überhaupt mal Leiter. Du hast ne Gäste und... Äh... Oh, ich habe den Diamanten gefunden. Oh, du bist auch da. Hi. Ich glaube, ich bin da. Ich da jetzt aber... Ja, noch nicht. Und jetzt, wo muss ich jetzt hingehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen wieder auf das Dach. Da war nämlich so ein Punkt, wo stand... Set spawn here, jump down, bla bla. Aber wie kommen wir da hin? Äh, das ist ne gute Frage. Punkt net. Gute Frage. Ähm... Ja, ich bin nicht gestorben. Hast du dir den Spawn da oben gesettet? Nö. Ich geh einfach mal wieder zurück jetzt zum... Main-Menü-Dingens da. Ach, und wartest darauf, dass ich das mache? Ja, genau. Ja. Super. Ach, wir müssen den Spawn setten noch. Ach so, oh. Oh. Wieso? Ja, keine Ahnung. Wir haben doch den Diamanten schon, oder nicht? Ich hab den Diamanten. Ja, also... Ich hab ganz easy peasy, äh... Ich muss jetzt nur noch das Level schaffen. Ach, das müssen wir auch noch schaffen. Aber wo... Aber wie schaffen wir das denn, das Level? Und wo schaffen wir das? Hast du den blauen Knopf gedrückt? Nö. Na dann. Oh, okay. Hast du das Level nicht geschafft? Oh, rip. Ups, ich bin gestorben. 2, 3, 2. Ach, da ist die Leiter. Ach so. Da ist ne Leiter auf der Leiter drauf. Das ist so geil gemacht, ne? Mhm. Alles so klein. Und kawaii. So cool. Und rip. Ist das auch. Ups, ups, ups. Hm, es dauert so lange nicht hochzukommen. Nein, ich bin fast tot. Ah, man kann hier runter. Ey, das ist voll schwer. Warum werden die Maps so schwer? I don't know, I don't know. Gib mir die Rainbow Map. Die Rainbow Map? Hä, wo ist denn der blaue Knopf, Alter? Ja, du musst hier hinkommen, zu mir, ja. Wo bist du denn? Dahinten, wenn du zur Treppe gehst, dann andere Richtung. Ach so, oh, okay. Warte mal. Die, 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 die. Hä, wie soll man das schaffen? Wo bist du denn? Hinter der Treppe, meinst du, ne? Nein, warte, ich komme zu dir zurück. Hä, haben wir keinen Speedboost mehr, warum? Ich hab noch Speedboost. Hier, guck mal. Siehst du die Redstone Torch auf dem Dach? Ähm, Moment. Momentchen. Momentchen. Momentchen? Momentchen mal. Wo wissen du? Pass auf dem Dach, warte. Ja, ich sehe sie. Und jetzt? Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Hier. Na? Hier, hinten. Oh, ich hab meinen Effekt gelöscht. Ja. Super. In der Milch. Und jetzt? Ja, müssen wir hier runter. Ich hab auch keinen Effekt mehr. Ich hoffe, wir brauchen die nicht. Ich hab meinen Spawn mal gesetzt. Ja. Und jetzt müssen wir versuchen, da runter zu kommen. Ach so, ah. Ist doch easy peasy. Ja, ja, mach du mal. Oh. Ist doch nicht so easy peasy, wie ich dachte. Oh. Na, das frustriert mich. Ach so, man muss... Ah, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man da ungefähr runter springen muss. Nach unten. Nach... Oh, nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach links. Nach rechts. Okay, warte. Unten. Unten. Ja. Aua. Ey, das ist das letzte. Das krieg ich nie hin. Ich hab die ersten beiden. Und dann? Ich hab auch die... Ich hab das erste. Schaff ich nur. Aber das zweite. Da. Hm. Hm. Ey, wie soll das gehen? Ehrlich. Hä? Ja. Ja, ja. Milch. Drink me. Eh. Drink for me. Ich hab grad so'n Frame Drop gehabt. Ey, oh mein Gott. Warte. Ich hab wieviel FPS? Ich habe... 24, 23. Das sollte nicht so sein. Das ist mir zu wenig. Bring dich ganz einfach um. Ganz ehrlich. Was? Ich hab's geschafft. Ja, aber ich nicht. Ja, doof, ne? Das ist echt... Boah, das ist ne Map. Die ist doof. Also dieses Level. Nicht die ganze Map. So. Warte mal. Ich muss eben... Ich muss eben das Ding ins Weg packen. Das... Das Texture Packer. Das war so ekelhaft. Jetzt hab ich wieviel FPS? Immer noch 23. Ja, nett. Ähm. Ich hab das halbe. Ich hab das halbe. Oh. Ja. Ich hab das halbe. Ich hab das halbe. Ich hab das halbe. Ich hab das halbe. Ich verlasse dich nicht. Hä? War... Naah. Gott. Ich hab das nicht. Ich krieg den Dreh nicht raus. Hä? Ja. Don't do it. Don't do it. It's doing funny. Vor allem die Blöcke laden auch gar nicht. Warte. Ich hab das halbe raus. Warte mal. Das ist mir so laggy und... Ejo. Jetzt please. Warte mal. Video unter links. Reflex fest. Mhm. Mhm. Okay. Ja, das laden... Das... Das sind halt irgendwie die... Die Blöcke irgendwie. Obwohl ich Fahre hingestellt habe. In Renaissance. Äh. Und deswegen seh ich nicht wo ich jetzt hingehen muss und wo nicht. What? Habs geschafft! Yay! Nein, doch nicht. Hm. Ich hatte mich schon gefreut. Ich auch. Haha. Ich will weiter. Sorry. I'm so sorry. Ja, wenn... Das lebt nicht einfach. Das ist einfach so ugly gerade. Weil... Wenn ich falle, dann sind die Blöcke einfach ganz weg und dann seh ich nicht wo ich hingehen muss und wo nicht. Also wo ich hinfallen muss und wohin ich nicht hinfallen sollte. Hm. Hm. Okay. So. So. Alter. So nicht. Ne, so nicht. Ne, so nicht. Hallo. Kraft auszudrücken. Haha. Chipzahre von Highplätzen. Ist vom hohen Platz geworden. Hä? Hä? Warte mal. Warum? Ich lass mal eben kurz laden. Bisschen. Bisschen rendern. Da würd mal ne kurze Pause machen. Ne, ne. Schon klar. Nein. It's okay. It's fein. Ich muss genau hier runter springen. Dann muss ich hier hin. Muss ich hier hin. Hier hoch und nach links. Nein! Du musst nach hinten. Ich... 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 Dann nach unten. Okay. Ich hab's glaube ich raus. Ich hab's glaube ich raus. Ich hoffe ich hab's raus. Warte. So. Konzentrieren. Na. So. Hast du es nicht. Ne. So nicht. So nicht. Alter. Ich wei gleich. Nicht weinen. Armer Mann. So rude. So rude. Drink. Los. Nein. Oh. Doch. Ich bin da. Finally. Nach 3000 Jahren irgendwie. Äh... Hier ist der Diamond. Und... Scheibenweil. Lecker Diamond. Achso. Du hast den Diamond schon. Okay. Ich bin da. Komm raus. Okay. Ja. Und das... Hardware. Oh mein Gott. Das wird glaube ich immer schwerer. Kann das sein? Nein. Wie komm ich denn drauf? Level 15. Hardware. Hi na. Hi. Oh. Was ist das denn? Mausclöser. Oh mein Gott. Wie cool. Aua. Also das erste Mal im Level ist immer am coolsten. Und dann wird es nervig. Ja. Ich weiß. Hey. Was ist das mit dem Mausclöser? Hey. Und die Hand. Ach da ist Wasser. Und die Blöcke laden irgendwie so scheiße bei mir gerade. Ich weiß auch nicht wo daran was liegen könnte. Wow. Dass ich Frame Drops habe und das bei mir irgendwie... Das lecken. Ein Toot. Und äh... Toot. Timmy Toot. Timmy Toot. Timmy Toot. Also wie gesagt. Wenn es gar nicht geht. Kann man immer noch ein Päuschen machen. It's okay. Oder willst du es zuhause machen? Nami ist es sicher. Kann man nur eine Pause machen. Weil sie keine Pause anlegen. Nein. Ich rede nur wegen deinem Bildmaterial. Nö. Ist alles gut. Ist gerade alles okay. Nee. Ich schaff das aber trotzdem nicht. Ich komm nicht weiter als Hand. Ich komm durch. Aber ich weiß nicht. Ach so. Doch. Doch. Ich glaub ich hab den Dreh raus. Glaube ich. Okay. Was sag ich auf einmal. Dann... brauche ich noch tausend Versuche. Bis ich dann echt draus habe. Ja. Ups. Hallo. Ihr kickt mich in der Luft. Weißt du. Ja. Good luck. Wir hätten zu jeder Map mal ein Rating geben müssen. Haben wir jetzt verkackt. Können wir am Ende ja noch. Am Ende so. Recap. Ja. Wir wissen ja ungefähr noch was war. Ja. Also die Rainbow Map war am besten. Nein. Ich wollte da nicht drauf gehen. Ups. Jetzt sind wir wieder in der Lobby. Ja. Ich auch. Fast. Aber ich hab's noch auf einen anderen Klopf geschafft. Ich schaff es immer um die Hand herum. Aber dann komm ich immer so ein, zwei Blöcke neben das Wasser immer so. Und. Oh. Oh. Ich hab's nicht geschafft. Ach. Immer so knapp nach vorne. Ja. Und dann denkt man man hätt's geschafft und dann ist die Hand da. 200 Fails. Yay. Jubiläum. 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 Jubiläum City. Mei ey. Das geht mir aber echt. Animally on the Cakes. Same here. Same here. Hashtag Same. Hashtag Truth. Mano. Drink for me. Please. Rip in peace. Literally. Ich komm echt nicht an der Hand vorbei. Wow. Ich hab's. Nein. Wider nicht. Ich war kurz vor dem Wasser wieder. Also ich bin immer so einen Block neben dem Wasser und das fängt mich so ab. Ich komm an der Hand links gar nicht erst vorbei. Man muss ja links vorbei. Was machst du? Ja. Nee. Du kannst auch davor. Also wo die Hand hin zeigt. In die Richtung auch irgendwie. Echt? Ja. Also ich mach das immer so. Ich geh da gar nicht links vorbei. Ich mach's einfach da wo die hin zeigt. Wenn man links vorbei fällt. Dann kommt man ja direkt ins Wasser. Deswegen. Upp. Und wieder ein Block dran. Vorbei. Hm. Warum sind wir so geskillt? Ich weiß das nicht. Warte mal. Wenn ich jetzt von hier springe. Was. Ah. Das könnte auch ne Lösung sein. Und es gar nicht auf das Grüne. Ja. Ich weiß. Deswegen. Wir sind glaube ich vielleicht nur so dumm und stellen uns immer auf das Grüne. Weil wir denken es ist da das sicherste und das einfachste ist. Aber äh. Die Map ist ja nicht so. Auf unserer Seite. Ich hatte es fast geschafft. Aber dann kam mir die Hand. War's das schon? Die Hand kam dir zuvor. Zedley. Zedley? Zedley. Mein Gott. Ich bin einen Block dran vorbei. I feel you. Ups. Ja. Hopala. Meine Güte. Zanderzoll fails. Alter. Also die Map ist grad die schwerste glaube ich von allen oder? Kann das sein? Ja. Einfach weil ich gar nicht esse. Die Hand ist überlegt. Weil alle diese Hand geht immer so kurz bevor ich da bin. Ich denke immer so dass ich das jetzt schaffe. Aber dann. So bevor ich ankomme ist dann die Hand am Laden. Dann. Ja. Ich hole jetzt einfach. Oh. Ich bin wieder in die Lobby. Ach. Flop. 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 Ich glaube ich falle auch wenn du den Knopf drückst. Das geht dann glaube ich auch für mich wenn du den Knopf drückst. Ja wir müssen den Knopf nicht zweimal drücken. Okay. Oh ich hätte es fast geschafft. Ich habe es jetzt glaube ich raus. Die Framestorm bei mir so ekelhaft. Ew. Oh ich hatte es fast. Emro wo bist du? Ich bin in der Dingens noch. Stell dich mal so ein bisschen hier hin. Hier hin okay. Und dann musst du gucken dass du dann bist du auf der linken Seite von der Hand. Ich habe es geschafft. Okay wir dürfen den grünen Blöcken nicht vertrauen. Okay. Das haben wir jetzt gelernt. Also da ist der schwarze Knopf. Warte mal. Wo ist die Truhe aber? Das ist auch die Frage. Ey wirklich ich bin ins Wasser gefallen. Also meine Leiche ist ins Wasser gefallen aber. Haha. Ich sehe die Truhe. Ich sehe sie. Ich sehe die Truhe. Okay gut ich sehe die Truhe. Gut dann sind wir damit fertig. Boah. Jesus Christ. Yay. Jesus Christ will you look at me. Jesus Christ Superstar. Hä wo ist die Truhe? Achso auf dem Dingens. Ja genau auf dem einen Zeiger da. Auf dem Zeiger. Auf der Uhr. Ja ich habe es geschafft. Ich habe den Diamanten. Nice. Gut. Unter. Again. Nee. So. Bam. Ich bin echt gestorben. Äh. So. Endlich durch. Letztes Level noch. Und dann noch der Special Level. Ich glaube der Special Level ist auch eine Belohnung und nicht irgendein Drist. Haha. Moria. Lord of the Rings. Oh ja wow. Das ist mein Genre. Lord of the Rings. Achso. Lord of the Rings. Okay gut. Sauron bist du's. Äh. Was müssen wir jetzt hier machen? Oh wir haben eine halbe Stunde Speed bekommen. Sehr schön. Und was haben wir bekommen? Eine halbe Stunde Speed. Guck auf dein. Oh. Sankyo. Net. Großzügig. Sankyo no Terror. Sankyo no Terror. Sankyo no Terror. Ich weiß nicht. Vielleicht wird das noch. Okay. Ich bin da und jetzt muss ich hier hin in die Richtung. Äh. Mhhh. Falle immer am Corporate vorbei. Vorbei. Ach man muss hier hoch gehen. Aha. Salbe fällt frome High Platze. Ich schaff das nicht. Ich bin schon da aber was ist jetzt hier los? Was ist los hier? Set Spawn. Okay. Ahja. Set Spawn. Das geht doch nicht. Das sieht so geil aus. Hier ohne wird es jetzt gar nicht so cool aus. Emre ich schaff das nicht. Das ist blau. Emre ich schaff das nicht. Du schaffst es nicht auf diese Dinger drauf gekommen? Nein. Guck doch mal. Ich sterb ja. Jede Sekunde. Äh. Versuch es mit Shift. Also dass du dich da so anschleißt. Und dann. Runterschiften? Nein. Auf diesen schwarzen Block da. Hab ich auch so gemacht. Ja. Ach so. Hast du das geschafft? Ne. Doch. Doch. Na siehste mal. Was ist das hier? Das ist ein roter Knopf. Du musst jetzt bitte hingehen. Oh mein Gott. Du musst hingehen. Du musst dem Schild folgen. Wo das nach rechts sagte. Ja. Okay. Du musst jetzt bitte hingehen. Hä? Hast du die Truhe schon? Ähm. Nein. Aber ich glaub auch musst du runterfallen wieder irgendwo. Warte mal. Oh. Hier ist ein schwarzer Raum. Ah doch. Ich seh. Hier ein Loch. Wo ich hingehen muss. Und. Set Spawn. Wo denn? Achso. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Lord of the Rings leider nie gesehen. Sonst würde mich das hier wahrscheinlich faszinieren. Aber naja. Hast geschafft. Ich bin irgendwo ganz weit unten jetzt. Okay. Und. Äh. Ach da ist jetzt. Oh mein Gott. Das ist. So cool gemacht. Ohne Witz jetzt. Ich will die Kiste haben. Ach. Ist die Kiste da oben irgendwo? Ne. Keine Ahnung. Ich dachte du hast die gesehen. Ne. Ich bin äh. Ganz weit. Ich bin am Ende schon glaube ich. Also ich hab jetzt hier einen blauen Button und einen schwarzen Button. Ey. Das ist das letzte Level und dann finden wir die Kiste nicht. Bitte. Also der blaue Button ist hier. Aber der schwarze Button ist nicht hier irgendwo. Oh mein Gott. Wow. Was ist das denn? Ups.